Ey, Digga, Digga, warte. Du bist nicht mit mir im Team. Äh, rot, Digga. Alter, was so rot. Alter. Ja, passt, Digga. Digga, ich hab mir grad gedacht, hä? Ja, wie jetzt? Ja, wie jetzt? Okay, Leute. Leute. Ja, gut, hab ich gesagt. Ey, Leute, was geht? Poshy ist wieder, back am Start, hier für euch. Warte mal, ich hab keinen Cape. Warte, ich leg's nochmal hin, warte, ich überreste. Details. Egal, egal, okay. Moin, Leute. Poshy ist wieder back am Start mit MyNameChagger, Digga. Ich war grad einfach ein bisschen verwirrt, also, hä? Aber ich, Digga, wo ist mein Cape hin? No joke. Ich weiß das nicht, Poshy. Ja, das hat ja mal geklaut, vielleicht. Ich wurde gescammt, glaub ich, ohne Mist. Ja, aber es wurde nie raus. Absolut gescammt. Leute, wie gesagt, ich hoffe einfach, dass mein, ähm, TP, äh, bei 50k kommen wird. Ja, ja. Ja, also, ich und mein Designer sind da schon richtig hart am Swen, alter. Kann man an der Stelle auf jeden Fall mal sagen. Aber, ja, es soll ja eigentlich um das Thema gehen, dass viele behaupten, dass ich halt, äh, Mausabuse mit schlagen, oder ohne Mausabuse mit schlagen, halt nichts kann, so. Was natürlich auch stimmt, glaub ich. Und dafür, wir haben ein bisschen äußert zum Thema heute. Die Leute ziehen ja ein, bei uns nicht nach dem anderen. 22 Blöcke. Oh shit, über uns. Äh, die sind ein bisschen, äh? Belastend, Digga. Digga, Wollo. Nee, ich hab's auch so wieder, nice. Und viele Leute denken immer noch, dass ich halt, äh, auf Revy Mausabuse, obwohl ich halt, äh, Twitter klicke. Ähm, auch nice. Also, ich kann, ich kann meine Szene einblä... Oh mein Gott! Äh, da hab ich natürlich mit einem Undercover-Account gespielt, weisch? Ihr wisst Bescheid, Leute. Nein! Ach Gott! Hat er mit einem Zweite-Account reingehängt. Ja, ein bisschen mit Zweite-Account, weisch? Ein bisschen, äh, G-Cheats am Stizzl. Also, ich muss ja auch selber sagen, Peusch, wie damals zur ESL-Zeit, hat er auch mit, ähm, Moonwalk gespielt und damit auch wenig. Mit Moonwalk hab ich gespielt? Ja, du hast, äh, mit Butterfly geklickt und hast auch wenig. Tschö, man, tschö, man. Digga, ja, ja, sind wir bisher. Wir haben jetzt gerade die ganze Zeit geguckt, wie wir das hinbekommen, dass Peusch in der Aufnahme reden kann. In einer guten Audio-Falli. Ja, schlappin, Alter. Ey, was ist denn los, Mann? Wieso nur am Stacken, Alter? Absolut... Gott, wir können nicht mehr zu billig. Der Sprung ist mir ein bisschen zu schwierig, Peusch. Okay, weil ich schaue mir jetzt aufs Bett. Komm mal, ich hab die Sprung, ich vergesse, ich muss wieder zurück. Alter, was ist denn hier? Oh Gott, guck dir das an. Haut raus, Alter, haut. Hoffentlich kommt das in dem Video. Nein, ich komme auch nicht zu dem Billiger, Mann. Du musst aufs Bett erstmal, richtig Jump Run Pro hier, Digga. Warte, Digga. Soll ich, soll ich? Ja, okay, ich mach. Ein Auf. Ich hab ja nicht mal Browser mitgenommen, ich fisch, Alter. Das hat mich hochgemacht. Ich muss da auch zweimal dahin. Ich hab mich richtig gefreut, so weißt du, dass ich es bis darüber geschafft hab. Und auf einmal merke ich so, hey, Digga, hab ich morgen gebraucht. Da unten ist wieder einer. Der geht wieder hoch. Oh, man. Ja. Let's it, let's it, alter. Jo. War nicht so. Ein Fall für Bedros, sag ich dir. Ein Fall. Träst du den direkt? Hä? Siehst du das? Nein. Ja, hab's gesehen. Sieht direkt, glaub ich, ab. Digga, hä? Hä? Unlegged. War das. Absolut unlegged. Warte. Erstmal ein Happen-Essen, Digga, weißt du, ein Triumphfeiern? Okay. Immer, wenn du das sagst, denk ich dir, ist was in Real-Love-No-Show. Jedes Mal. Aber ruhig, tue ich natürlich auch. Teuch, ich hatte jedes Mal, jeder Bettos und hatte Essen dabei, wenn er frucht, jedes Mal. Immer. Leute, immer essen. Auch so in ESL, damals. Ja, absolut. Zwei Hungercoil fehlt, wollte ich erst zu snacken mit. Ja, klar, Digga, absolut. Drei Steaks rausgauen. Laufender Kühlschrank, back am Start, Alter. Immer essen. So ein Knockback, knock-down. Leute, Leute, wisst ihr, was wir schaffen müssen? Es ist ja Sky-Wars. Nein! Es ist ja Sky-Wars-Of-Revy rausgekommen. Da muss absolut dieses, ähm, Bow Spammer-Kit, oder wie das auch heißt, du musst absolut zu, ich hab's sagt zweimal hintereinander, absolut, alles klar. Nein, du musst, äh, musst zu Robin-Hood-Kit werden. Leute. Das wär, das ist so heftig. Das, das muss einfach. Ich hab schon, ähm, ich hab schon versucht, ein bisschen Faxen zu machen, aber irgendwie hat's keinen gejoggt, Alter. Ja, gut. Ganzes Bord aufgeschwitzt. Hallo? Nein! Oh, schatz, das hat jetzt weh. Haben die, boah, heute hier ist es voll angebrannt. Alter, was macht meine Mom für Faxen? Nein, schaß, Digga. Soll ich mal deine Mutter anrufen und fragen, was da los ist, oder wie sieht's aus? Komm, spring auf mich. Ich finde es gut, dass der eine Typ mich anschreibt, Sky-Wars ist draußen, wenn ich Platz 20 bin. Natürlich kommt der jetzt von, ach, Digga, wir brauchen eh... Hast du eigentlich schon bei Sky-Wars so ein bisschen angespielt gestern? Ich hab, ich bin einmal in eine Runde gegangen, dann gelieft, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ich kenne da ein bisschen mehr Zeit, ich hab mich in die Sky-Wars-Totengen gestern geschwitzt, sechs Stunden lang. Das Witzige ist einfach, das Anfangs- also nicht das Anfangs- also nicht das Anfangs- also das erste Kipp, was du kaufen kannst, Gärtner. Da hast du ein Zeppling und, glaub ich, ne Schaufel. Nach sechs Stunden konnte ich es mir immer noch nicht kaufen. Echt jetzt? Weil in Sky-Wars gibt's so ne neue Währung, sag ich mal, äh, Sky-Wars-Skill-Punkte. Und brauchst du für zehn Skill-Punkte. Und ich hatte nach fucking sechs Stunden 9,6 Skill-Punkte. Und konnte mir nicht mehr das Gärtner-Kid kaufen. Fuckin Gärtner-Kid! Das war echt belastend für mich. Mehr als belastend. Und ich bin eingebobbt, ne Kopf, ne. Doch, doch, doch. Nein. Ah, zu uns läuft einer durch, ne? Kannst du dich zu sein? Ja. Ah, lauter. Ja, okay. Mach ich, warte. Baust du's ab? Ja, ja. Aber ich hab ihn nicht mehr bekommen, Alter. Ich hätte zuerst... Und das... Nein! Nein, ich bin tot! Nein, ich auch! Nein! Das ist jetzt belastend, Digga. Oh Mann, war das unnötig. War das unnötig, Leute. Och, nee. Ja gut, hab ich gesagt, dass ich und Mini die besten Spieler sind. Oh, nee. Egal, egal. In dem Sinne, haut da rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und... Servus! Bis zum nächsten Mal.